Alles ist ein Stein. Ja ja, alles ist ein Stein. Ich kann es euch beweisen. Guckst du da. Zombiefleisch ist ein Stein. Spinnenauge ist ein Stein. Samen sind Steine. Enderperlen sind Steine. Alles sind Steine. Menno. Fackelstein, Schaufelstein, alles Stein. Aber wenn ich es wieder eins habe, ist es wieder richtig. Hmm. Sogar Monster. Grobe Steine. Ist ein Creeperstein und ein Spinnenstein. Ja super. Tja, das ist ein Bug. Ja ja. Ja und wenn du selber willst, was man aus solchen Steinen tolles bauen kann, dann guck dir am besten die Zomb-Fahrtfolge heute Abend an, die ganz frisch rauskommt. Da zeige ich ganz viel, was ich gebaut habe. Ja ja. Außerdem habe ich wieder Rocket League Spiel, das findest du links unten. Rechts oben haben wir Survival Games auf dem Bergwerk Lab Server, wo ich probiert habe zum Überleben. Und ich habe auch gestern noch Cobra 11 hochgeladen gehabt, wo ich zu schnell fürs Spiel war. Ja haha. So einer bin ich. Hehe. Macht's gut. Schönes Wochenende und tschüss. Ja.